Diese Befürchtung ist unbegründet. Linsenoperationen zählen zu den sichersten Verfahren in der heutigen Medizin und gehören mit 800.000 operierten Augen jährlich zu den häufigsten Operationen überhaupt. Euro-Eis hat in Deutschland die meisten Implantationen intraokularer Linsen durchgeführt. In der über 20-jährigen Geschichte der Euro-Eis-Klinikgruppe ist es bei einer Linsenoperation noch nie zu einer Erblindung gekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017